Pause wieder vorbei. Wow. Ich bin echt gespannt. Riskieren wir es. Es ist in Anführungsstrichen nur ähm Dungeon-Erkundung. Es kann also vielleicht, vielleicht wird es nicht total den Arsch aufreißen. Also da reichen 4 Nahrungseinheiten. Äh 3 Fackeln. Nein. Es dürfen nur 2 sein. Und eine Schaufel. Ich will mindestens eine Schaufel dabei haben. Puh. Wie gesagt, es ist in Anführungsstrichen nur nur dass ich den Dungeon erkunden muss. Das kann noch mal gut gehen. Es ist in Anführungsstrichen oder Teaming mit Palagic-Nightmares. Sie müssen flusht aus. Ja, geil. Ein Schritt und schwupps, da sind sie schon. Das hat er echt gut angehalten. Ne, lange meine ich. Streu, Schuss, Pricking, alle Schaden. Das vierter Schuss. Na komm. Alles schon mal ein bisschen anschwappen. Tiefsie-Tumbler. Tiefsie-Schamane. Und ertrunkene Diener. Ach, was sollt das? Das ist so bescheuert. Sehr gut. Ausbluten. Bedeutung ist immer gut. Natürlich. Einer hat sich geklappt. Bann der Verletzlichkeit. Ziemarkieren. Atelier aus dem Abgrund. Na gut, der Verletzlichkeit. Aber es geht. So und. Der Melodie. Das geht leider nur auf einen. Schade. Aber egal. Auch keine Stresswelle. Das ist echt stressig. Stress den Armmann doch nicht. Das gerade ist dabei. Gurgeln. Der Griff. Äh. Super. Plus. Minus 1. Ja und dann schon mal 30 mal schlecht. So. Also das Abgrund. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. Und gleich weiter Stress abbauen. Wie weniger Stress, desto besser ist es. So. Ah okay. Dann weiter. Streuschuss. Äh. Natürlich. Äh. An die Stressmologie. Weiter. Der ist wirklich nicht. grad nur dafür da so will ich ziemlich immer an mehrere sie es ist durch schaden das ist doch vollkommen okay dann ist hier die rache was explodiert der penner einfach der explodierte einfach geht's doch okay machst du das anders ach gott der dank nahrung jetzt doch nicht einfach super es geht schon mal super los nichts die kiste ist der kapitel sagt nein das ist drin 100 gold super weißt du war auch gleich der erste kamen kriegt volles fund backfutter ach gott sei dank nix los okay erkunden eine falle eine curiosität aber hier sind weniger los also gehe ich mal hier lang so okay also wer hat denn hier die besten chancen 70 50 da kommt 19 und stress super eine unheimliche koralle rechte mit da deutlich sind nach schwein gab es wacke sicher ist sicher wir dürfen niemals nicht ausgehen lassen und hier ist nix aber das vorkommen okay okay weil ich glaube die meisten leute haben halt auch ach schließt sie doch ein traurkämpfer ab das ist doch ein problem jetzt habe ich nicht mehr zu futter das ging schneller als erwartet und oh gott das sieht wieder lustig aus vollschoss gleich mal die hält viel aus glaube ich weiter macht keine macht keinen stress oh gott und auffällig okay das ist glaube ich echt gut äh echt blöd so blut lass uns mal bluten weil ich glaube da auch noch mal lieblich hinauslaufen und es geht auch auf ihm selbst das ist schön so dann äh ich schiess jetzt Ich weiß nicht wie der 6. Ein Glück. Und es hat nichts gebracht. Oh, der Fisch. Au, 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 au. Ah, daneben. Schein gehabt. Oh, da macht keinen Stress. Alter, gleich 20, geht's noch. Okay, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt erhindere. Wir kommen zurück. Ich glaube, es ist ein bisschen besser, wenn ich verhindere, dass die weiter stresst werden. Äh, Fischholschuss. Der da. Sehr schön. So, es blutet. Kampfgebrüllt. Verrufter Stoß. Komm. 6.15. Sehr schön. Nicht schön. Nee. Nicht schon wieder. Der Typ hat irgendwie eine Tendenz dafür. Okay. Nee. Es ist kurz. Rechtswölf, sehr schön. Er blutet. Das ist nicht schön. Snowley, gently. Er ist tot, das ist schön. This is how a life is taken. Äh, mal sehen. Äh, äh, äh. Also, wenn es trifft, ist er tot. Häckert. Es gibt es nicht. Ich darf diesen Angriff nicht mal benutzen. Der trifft so gut wie nie. Aua. Äh. 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 Na gut, komm. Komm. Dann chill mal ein bisschen deine Base. So, äh. Ich muss es wieder resistieren. Alter, ist es echt. Und natürlich blutet der. Kacke. RK. Ja. So, hoffen wir mal. Das ist. Natürlich nicht. So. Ich gehe auf Nummer sicher. Trefferchance. Und dann noch so ein Schritt. Geht mit doch nisch. Na gut, dann machen wir jetzt hier. Kurzprozess oder auch nicht. Hör auf, die Leute zu stressen. Das ist uncool. So. 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 Ich kann nur heilen. Ich werde mal das spielen. Wow. Ritisch 6. Ah. Sehr schön. Und wieder setzt. Gut. Gut. Äh. Gut. 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 Du bist täglich. Gib dich vor. Gut. ис sprich. Das ist beschπει talking. Hat Feedback ausrechnet. Das ist echt knork. Okay. Wen gebe ich das denn? Ähh. Wir sind weniger Ausweichwert. Du hast… Zehn. Jetzt hat… null. Zehn. Zehn. Mögliche Frage, oder? Tagungsseite. Die … Sechs von sechs aus… Tagebuch von Darius, den Wegelagerer. Mein Ende naht. Das Ungemach scheint sich auf eine Wette eingelassen zu haben, denn meine Glücksmünste bin ich los. Jetzt liege ich hilflos hier und das Blut strömt aus meinem geschundenen Körper. Meine Finger sind kalt. Es waren keine Fallen oder zerteerende Kultisten, die mein Schicksal besiegelten. Wir wurden von seltsamen, sich windenden Wesen angegriffen. Zwei kleinere Gestalten, die ich unmöglich beschreiben kann und eine dritte, weil aus größere Bestie. Die arme Myra wurde zu Brei geschlagen. Tyrion versuchte sie zu verteidigen, aber verlor schnell seinen Arm und kurz darauf seinen Verstand. Schlürfende Schlürfer, schrie er, während Raven ihn zur Flucht drängte. Ich wollte den Helden spielen und ihnen einen Vorsprung schaffen. Ich brütete eins der... Ah, und da ist es dazu zu Ende. Ne, warte, es geht noch weiter. Äh, du wirst... Da kann ich nicht schließen. Das geht doch weiter, aber das ist unterhalter Seite. Sorry, das kann ich nicht lesen. Wie bist du, Louis? Und zwar lecker? Ich blute. Ein anderer Mariner. Ein anderer Miss Fortune. Ich bin das hier wirklich scharfe. Okay, ich versuche mal zum nächsten Raum zu kommen. Freut mich. Ah, 3,5,5,5,5,5,5,5. Sehr schön. Wo gehen wir mal in den nächsten Raum? Ja, ja, Isel. Uh, Kuchen! Kuchen ist geil. Und es ist ein Manns darauf. Ich bin sowas vom am Arsch. Der muss weg. Der ertrunkene Diener... Ne, der schießt ja schon mal. Destroyed. Woo! One shot! So, und nun der da. Der muss... Der muss... Weg! Oh je. Und Dismiss. Kurz vom Verlieren. Ja, bitte halt durch Dismiss. Das wäre echt cool. Okay, ich kann versuchen... Alter, der hat... Oh Gott sei Dank. Ja, ich bin dabei. So, ich... Ich weiß nicht. Äh... Was soll ich... Ah! Ernstisch, so. Okay, er bliebt. Das wird jetzt... Nein, er lebt noch. Gucken da. Oh Gott, er lebt noch. Und, und, er dreht doch. Gehaft voll, sehr schön. Ich war im Gefängnis, dann schaffe ich das auch. Danke. Ich danke dir. So, er ist nächste Runde tot. Das heißt also, er kann nicht auf die andere konzentrieren. Adalas auf... Ähm... Den da. Er ist nächste Runde auch tot. Wenn es blutet, ausbluten auf den hier? Niedersetzt. Verdammt. Ich weiß schon, was der macht. Der bumpt sich. Da waren die beide lange nicht da. So, ich riskiere es wieder. Neun. Bitte kann er looten. Ah, Gott, er retten wir selbst. Halt die Schnauze. Okay, wie viel Stress hat er denn gerade? Ein Gott. Gott sei Dank, stärkende Melodie und... Er ist nicht noch unter 100. So, du bummst dich nicht. Und daneben. Sehr schön. Läuft doch. Läuft bei mir. Fett bin ich geworden. Oh Gott. Ich glaube, ich rede immer. Super. So, der ist gezeichnet. Weiter ausbluten. Ey, der hat eine Zivilikur Blutenresistenz, oder? Der geht eigentlich. Äh, manche Deutschstoß. Ey, how about no. Ich weiß nicht, dass ich mich stresse. Autsch. Oh, der kann auch bluten. Äh. Das ist nicht so cool. Du, Adalas und... Geh einfach... Ah, jetzt blutet der. Das hätte er ruhig früher machen können. So, äh... Er hat sich mal selbst, oder? Ne, sie. Wow, eins. Aber wenigstens sicher. Äh... Wer hat das meiste Stress? 89... 84... Mach mal für mich selbst. Natürlich, ihr seid auch vorher dran. Ne, he, 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 he. Ne, he, he, he. Das ist... Also gewonnen habe ich auf jeden Fall schon mal. Die Frage ist halt nur... So, äh... Wie der eine Monster... Wie der eine Monsterkämpfe erschaffen. Der Türen der Anhänger gewöhnt. Plus Betäubungschance. Das ist super. Ein fantastisches Artefakt. Das berät die Helden. Okay. Ja, hier schließe 100% andere Keimfräumer. Äh, 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 Mami. Äh, plus Chanceport auf Betäubungsfähigkeit. Kann hier irgendeiner gerade... Du kannst betäuben! Sehr schön. Sehr schick. So, da sind wir jetzt. Äh... Bitte unterwegs kein Kampf. Das ist ja echt Knorke. Äh, äh. Wurde weiß geflündert. Nicht so schön. As life ebbs. Terrible Vistas of Emptiness Have ich doch was zu essen? Natürlich nicht. Das heißt also... Und zwei Urkunden. Sehr schön. Okay. Immerhin blutet Dismas nicht mehr. Und ich benutze mal lieber die Fackeln. Immerhin blutet er nicht mehr. Das heißt, also ich kann den... Wie die... Wer ist... Ist ja denn... Geschwindigkeit 5. Ich riskier's. Ich muss mal wieder Quest erfolgreich abschließen. Ich muss mal wieder Quest erfolgreich abschließen. Ansonsten, ähm... Komm ich auch nicht voran. Hier ist nix. Okay. Ach, noch eine Fackel. Sehr schön. Wenn ich jetzt Pech habe, killt das Dismas für mich. Alle kriegen Stress. Alle kriegen einfach Schaden. Dismas könnte mir dadurch jetzt verrecken. Ist das so oder habe ich recht? Also Frage an... Luma Maxima, die kennt das Spiel, ja. Oder... Du bist doch ne Sie, oder? Geht der Name deutsch irgendwie an. Könnte mir das jetzt Dismas umbringen. Wenn ja, lasse ich es und verlasse den Kampf und verlasse den Dungeon wieder. Wenn nicht, dann versuche ich's. Dann nehme ich den Stress und den Schaden für die anderen sogar hin. Aber der ist echt gut. Aber ein zweischneidiges Schwert. Die Heilung kann halt ziemlich mehr sein und keiner Blut verursachen. Puh. Also alle bekommen Schaden und, äh... Na ja, zu denen würde ich der Barbar auch wahnsinnig werden. Ja, die... Na gut, der Stress ist halt von allen recht hoch gerade. Also... Also er könnte dadurch sterben. Gut. Ignorieren. Komm in dich vorbei. Quest abbrechen. Mach's gut, ihr Asis. Da ist die Gesundheit und ihr Preis. Noch eine Rungschaft. Ich schalte gerade echt viele Rungschaften frei. Holy shit. Und... Okay, nur einer hat irgendwas abbekommen. Das ist... Oder so ist das auch weich. Ja, nehm ich doch. Aber es lief besser als erwartet. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ich denke, dass ich das eigentlich nur machen wollte, um meine Jungs wieder bis auf Vordermann zu bringen, war das eigentlich sogar ziemlich geil, was ich hier gerade abgezogen habe. Bin ich mal kurz selber ein bisschen rum dürfte. Also gut, was habe ich jetzt hier für schöne... Äh... Ach, hat ein anderer Kopf. Es ist da super. Da habe ich einen neuen Aussätzigen. Super, ich habe gerade meinen wieder auf Vordermann gebracht. Aber der hat schon echt viele Maoli. Ich habe... Ich weiß, ich habe gerade erst Geld in den Reingesteckt. Aber wisst ihr was? Der wird jetzt gefeuert. Tschüss. Und... Das war für mich jetzt mehr Erfolg als... Das weiß ich jetzt besser, weil... Wie gesagt, ja. Ich habe schon gesagt. Und... Und... Chatnit noch nicht. Schmied. Nö. Gilde. Auch nö. Ich könnte das Glücksspiel verbessern, aber... Kloster. Nope. Danatorio. Richtig ist die Rätschaften. Verringert die Verhandlungskosten. Experimentale Techniken und Toniken können Dinge überkommen, wie eine scharpe Schmerz kann. Du kannst einfach auch mehr mitnehmen. Ja, schon, aber... Hast eigentlich recht, weil... Ich dachte mir gerade die ganze Zeit, von wegen mehr als ein von allen ergibt keinen Sinn. Aber eigentlich gibt es Vollsinn sogar. Ich bin blöd. Ich bin nicht blöd. Also gut, rote Seuche. Mach mal weg. So, und dann... Trinken wir wieder auf. Ay, Gott sei Dank. Ach Gott sei Dank, wer die Karte erkunden. Ach, das ist mir so viel lieber. Und ich will da büsten. Ach, okay. Gut, ich bin gleich mal in die Ruinen dran. Da gehen wir jetzt hin. Aber nein. Aber nein. Aber nein. Ich kann nicht. Ich brauche das Geld für Sie von Einkaufen. Also, du kannst erst mal wieder da hin. Ja, hast eigentlich recht. Die hätte ich schon ein bisschen früher kommen müssen. Ich bin so blöd. So, Gordon kommt auch noch mit. Okay. Und... Aber... Ihr kommt mit. So, da ich hier nur die Karte kunden muss, ist es wieder nur kurz. Also, ich würde eigentlich gerne mal eine Mittelmission machen. Aber das Problem ist einfach nur... Ähm... Ich traue mir das gerade nicht zu. Oder... Äh... Äh... Ach, komm. Scheiß drauf. Wir machen es mal, Leute. Wir gehen es mal in die mittlere Mission. High Risk. Hopely High Reward. Feuerholz und Lager. Zu dieser Quest gehört das Lagern und du benötigst Feuerholz. Du hältst automatisch beim betreffenden Quest. Lager gibt den Helden die Möglichkeit, sich in Dungeon zu erholen. Wenn deine Helden verwundet oder gestresst sind und du lagern möchtest, rechts klicke auf Feuerholz und Lager. Okay. Gut. Ich nehme mal... Achtrationen mit. Zwei Schaufeln. Vier Fackeln. Handage. Gegengift. Ja, und das war's. Ah. Let's go. Ja, okay. Merke ich mir. Huch. OBS. Was tust du da? Trägt sich einfach so in den Vordergrund. Okay. Wir haben hier Kursität. Ein Hindernis. Ähm... Sehr gut, ich muss eh überlangen. Äh, die Kuriosität... Interessieren mich über die Kuriosität. Na, für den Level 1 normalerweise schon vielleicht. Aber du hast nicht vergessen, ich spiele. Das ist auch nicht unbedingt was. Das war blöd. Die Kuriosität ist nur der erste Test. Jetzt muss sie zurückgebracht werden. Kann ich wieder zurück? Kann ich wieder zurück? Nein, kann ich nicht. Das war blöd. Ich dachte, ich könnte einfach die Kuriosität mitnehmen. Hä, 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 hä. Blöd. Also, gleich schon mal die erste Schaufel vergeudet. Ist doch gar, gleich mal die erste Fackel vergeudet, weil ich nur diese blöde Kuriosität haben wollte. Okay. Ihr solltet noch gehen. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich mache gleich wieder Krips. Und bluten. Ach, leck mich doch am Arsch. So, dann bitte mal. Ach, mal ein bisschen wie den Stress. Ja, super. Auf die wäre besser gewesen. Gut, dann erleuchte mal den Typen. Ach, leck mich doch am Arsch. So, äh, verrufster Stoß. Hauen wir direkt weg die Scheiße. Another one falls. Sehr schön. Und, interessanterweise verursacht verrufster Stoß nicht an meine Leichen zerschlagen. Hey, mit ein bisschen Glück, kann ich beide killen. Another Abomination. Okay, die Wölfe sind jetzt nicht so schlimm, nicht ganz so schlimm. Aber diese Sache muss auf jeden Fall es gilt. Die ist super. So, mach erstmal hier, gehört ich genau nach Ihnen. So, und dann, äh, na komm. Hau weg die Scheiße. Und wieder zerschlagen. Äh. Woll ich mal sagen, das ist in der Kampf doch schlechter von euch, als ich dachte. Äh, wen habe ich hier erstmal? Oh, naja, aber nicht. Darf ich? Äh, das gibt's doch nicht. Alter, ernsthaft. R.M.G. What are you doing to me? Äh, natürlich. Natürlich, ich rede schon da hindurch. The mind cannot hope to withstand such an assault. Natürlich. Ich geh durch. Too much blood. There's blood everywhere. Dürfte ich jetzt bitte wieder einen Gegner töten? Also, der Hacken, die Scheiße, ach, das ist nur 60 Prozent, wo das überhaupt nicht. Ich treffe nur zu 60 Prozent, oh mein Gott. Einschichtung, Nahkampf, Zielschwächter, na, ich will Schaden machen. Na komm. Der geht doch. Oh Gott, wie viel Gold? Ich hab keinen Schlüssel, aber egal. Dies gesehen, äh, natürlich ist es ne Falle. Äh, ich hab eine Bandage. Wie viel Blut? Ein Schaden, ein Schaden, zwei Schaden. Okay. Da ist nix. Hier ist, äh, Ja, ich hab's grad gesehen. Geh wir mal hier lang. Oh, ne Leiche. Tote Leiche. Boah. Nichts wertvolles. Schade. Nun, ja. Oh, 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 oh. Das war knapp. Das war knapp. Nur spät. Ich bin reingelaufen. Alter, ich bin so blöd. Ich hab mich aufgepasst. Ich hab's noch auf der Karte gesehen. Mein Gott, ich bin so doof. Ich hab's auf der Karte gesehen. Ich hätt einfach weiter. Ich hab's einfach nicht, was ja hälle. Und? Och nein, keine Kultisten. Stimmt. Das ist eigentlich blöd, dass ich so weit gelaufen bin. ok dann die kürzen darf es ist es ist es ist einfach nicht die die hätten aber auch nicht und kommt schon aber super sehr gut aber hat den tag gelandet halbwegs wirklich gnade und natürlich so zerhacken trifft häufiger schon mal okay tüten oder stamm da kommt ich tue lieber ein also das ist gut alter er baut so gut das ist wunderbar spät auf die gemäser regal und die kommt nach vorne nicht cool und das ist schon ein bisschen besser vielleicht ist sie geworden aber ich bin für hilfe dankbar sehr gut ich habe aber egal bewegen wir glaube ich besser den fall der ernsthaft jetzt blöde plunte na gut ja das heißt jeder vorne nein nur an beschwerden jetzt bitte ist jetzt echt kacke die reihenfolge gerade ist ein solcher sturm riefs ist nicht geil aber so ist schon besser position ein stopp bleibt am arsch der welt kann ich nicht gebrauchen meine gutste ich muss stress abbauen erleuchten wir weiter hier dann komm mal bitte nach vorne der schlag in leutern einschicht zu kommen ich habe die leichen sind ein bisschen weg auch keine sichtige beschwerung dass die wir so auf den stress ich komme kaum dagegen das ist nicht ich blute es blutet okay ich kann schon mal den ihr kontinuier und so herr gut so die leichen ist auch weg das heißt ich kann den wieder halbwegs noch mal angreifen ich habe es wäre da recht ist ich konnte ok welchen erleuchtung oder so natürlich geht es daneben ja bitte komm nach vorne bitte echt cool äh 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 ja ja ich oh gott ich sehs grad äh du klein die dinkelheit die dinkelheit ach wenigstens wenigstens baut ordentlich stress ab das ist echt knorke so sehr schön ja komm da vorne der ist seines sounds sehr würdig sogar mein liebster äh dann hält sie mal die schnauze äh der hacken und mit einem kp jetzt doch ja schön für dich kannst du mal die backen halten jenseitige beschwörung äh ja doch kannst du alter weiter passiert eigentlich irgendwas wenn im kampf das komplette nicht ausgeht äh 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 mein Gott nicht äh äh jetzt erzweifelt ja auch noch kacke kacke wo bitte danke oh bitte danke Sehr schön.